Mahlzeit Freunde der großen Spielzeuge und willkommen zum ersten eigentlichen richtigen Beitrag zum Thema Wartburg 353 in 1 zu 8 Schrägstrich Umbau auf 1,3 und ihr habt es gesehen es ist letzte Woche ein großes Paket gekommen viele Ausgaben sind jetzt da und das habe ich zum Anlass genommen um einfach mal das zusammenzustecken was das Thema Vorgestell betrifft und was dann auch notwendig ist um die Sachen zu ändern um das rauskommen zu lassen was ich mir zum Schluss hier vorstelle bedeutet Vorderachse wird so drin bleiben wie sie ist am Rahmen werde ich nichts ändern liegt einfach daran das was hier steht wiegt schon 1,3 Kilo und das ist ja bei weitem noch nicht alles was hier rein kommt oder dran geschraubt wird sprich die Befestigungspunkte die hier da sind werden auch beim 1,3 Kilo genutzt wie weit sich dann der Motor detailliert einbauen lässt müssen wir sehen da gehe ich auch mal ganz entspannt dran Bremsanlage ist kein Problem aber auch erstmal um zu sehen wie sie aussieht im verbauten Zustand die wird ein bisschen größer hinterachse wird dann so sein dass auch an der Ankerplatte wie sie jetzt hier dran ist eine Scheibenbremse draus wird und ja dass die Metallteile die hier verbaut sind auch so dran bleiben wie sie sind zum Thema Fahrwerk Federn habe ich bewusst auch nicht rein gebaut weil es muss ja eh gekürzt werden im klassischen Flex Tuning dazu brauche ich aber einen Außenkotflügel den ich noch nie habe und ich auch nie weiß wann der kommt deswegen bleibt das auch erstmal so wie es ist hinterachse genauso an der hinterachse ist es schick sieht man was theoretisch an Federweg möglich ist vor der Achse ist ein bisschen schwierig liegt an der Lenkung denn die ist eigentlich so gefertigt und eingestellt dass die gar nicht auf eine Tieferlegung aus ist sondern nur wenn das Auto in Originalhöhe ist eigentlich funktioniert das werden wir ändern denn beim Lenken bewegt sich das komplette Lenkgetriebe mit Lenkeinschlag passt auch nicht so sehr und die Tieferlegung passt dort auch nicht so richtig dran daher wenn wir das dann ausbauen verbleibt das Lenkgetriebe dann einfach an Ort und Stelle und wir bauen uns hier eine andere Lenkeinheit rein dass das funktioniert und dass das auch mit ein bisschen tieferem Fahrwerk funktioniert Stoßdämpfer hätte ich gern in Farbe gemacht dadurch dass das bewegliche Teile sind und hier jetzt schon die Farbe von ein paar mal hin und her bewegen runter ist kann man sich das auch schenken ob das dann am Ende zu sehen ist der Dämpfer die Feder wird auf jeden Fall Farbe kriegen aber hier hinten wird sowieso nichts zu sehen sein kann ich mir auch schenken Strom bekommt meiner nicht Licht und Zeugs dadurch dass ja auch einiges umgebaut wird tue ich mir das nie an die Mulde bleibt aber so drin wie sie ist vom Einbau wird man dann später auch nicht mehr viel sehen deswegen ist das auch erstmal so wie es ist bleibt so genügt auch auch wenn er nicht verbaut wird den Motor habe ich jetzt schon mal zusammengebaut sieht einfach schick aus und wäre auch zu schade wenn er einfach in der Kiste verbleiben würde Lichtmaschine krummer dann vorne die Zündung Benzinpumpe Anlasser Vergaser da ist eigentlich noch mehr dazu das Flügelrad Zylinderkopf Getriebeseitig die Antriebswellen die Antriebsmanschetten das sieht alles schick aus da gibt es vielleicht einen separaten Motorständer irgendwann mal aber gebaut sieht das Ding einfach richtig schick aus kommt nie rein wie gesagt wäre zu schade um in der Box zu versauern zum Schluss des kleinen Videos ich habe mir eine Platte gemacht im wahrsten Sinne des Wortes hier verbleibt das Modell für den ganzen Bau drauf ich werde die Änderungen achsweise beziehungsweise seitenweise vornehmen und dann kommt der sofort wieder her drauf das was hier jetzt zu sehen ist passt dann auch in einen Koffer rein beziehungsweise in eine Box da ist das Auto dann auch wenn es fertig ist komplett aufgehoben und mir hilft das in dem Fall sehr viel dass man hier einfach auch mal das Ding ablegen kann und sich mit den anderen Sachen hier mit dem Schraubendreher beschäftigen kann was wichtig ist wenn das jemand baut es gibt nicht viele Schrauben also gefühlt sind es fünf verschiedene Arten es sind aber so viele und es ist was Gutes zu jeder auch wenn es nur eine einzelne ist die hier verbaut wird immer einen Ersatz mit dabei ich habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft hier irgendeine zu überdrehen also das ist auch richtig gut gelungen das passt die Gewinde schneiden man sollte es vielleicht nicht all zu oft auseinander bauen was ich jetzt auch nie vorhabe aber zum EMA Pro bestecken wird es schon reichen was nie so schön war der Rahmen selber ich hätte ihn gerne mit hinterachse komplett an einem Stück gehabt funktioniert so nie der Rahmen selber ist an der Bodenplatte befestigt hat einfach garantiert Stabilitätsgründe weil ansonsten wird das Ding sicherlich zusammenklappen das soll es das mal gewesen sein von unserer Seite und ja irgendwann wird es weiter gehen ich gucke da ganz entspannt in die Richtung schauen wir mal ein schönes Wochenende gewünscht und bis später das soll